Musik 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 Ja, heute dritte Folge, ne? Das ist echt so Das ist echt so Das ist gelb, wenn da nicht irgendwo in eine Waage kommt Eine Waage Ja, vielleicht eine Waage, aus gutem Grund Achso, weil er fett geworden ist Stimmt, ne? Wir sind Ja Ein bisschen Worldlights Gäste Ein bisschen Die Hebelbühne steht schon mal, Strom müssen wir noch anschließen Was sagt der Elektrofachmeister? Oh, das war gerade richtig erotisch Den Blick, ohne Witz Den mache ich bei hier im XXL Poster Oh, krass Der war echt sexy Geh vorweg mit der Kamera, Alter Ich muss dich erst wie so ein Problem ziehen Nico Wo liegt das Problem? Scheiße Scheiße Wir fahren jetzt auf 230 Volt Und jetzt sind es 400 Und es brennt noch nichts Warte ab, das brennt erst durch, wenn wir anfangen Warte 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 Geh vorhin Ich bin ja Problem, als wir runterfahren bewegt sich die von mir aus- jetzt gesehen linke Seite nach unten Mach mal Mach mal Das war die falsche Richtung Video. Warte, wie können wir jetzt die Seite wieder runterfahren? Egal. Wenn wir jetzt hochfahren, bewegt sich lediglich von mir aus gesehen rechte Seite nach oben. Das will heißen, wir können links nach unten fahren und rechts nach oben, aber was anderes können wir nicht machen. Ja, das ist gut. Also wir wollen mal bemerken, dass wir ursprünglich waren die mal wirklich auf gleicher Höhe. Ich würde ein bisschen lieber aufreißen. Kann ich jetzt mal in Ruhe essen? Warte kurz. Das sieht so geil aus. Erzähl uns was über deine Essgewohnheiten zu Hause. Er ist auch total geil mit seinem Klauerleben. Das ist mit der Zange schon richtig armselig. Er kann jedes Mal nur einen Karottenstreifen essen. Er hat jetzt immer der größte Profitzeiten genommen. Er kriegt die Muten an die Ruhe. Wir sind ja heute richtig weit gekommen. Wir sind heute schon... Ja, also jetzt nur mal nur so kurz... Er ist eigentlich echt so. Wir hatten nämlich ein kleines Elektrik-Problem, bei dem wir nicht ganz mitgedacht haben. Naja, wir haben es schon mitgedacht, aber... Ja, wir haben es vielleicht falsch verstanden. Also Bedienungsfehler. Wir hoffen unser Video konnte dir weiterhelfen. Falls ja, lass gerne eine positive Bewertung oder eventuell sogar ein Abo da, falls du nichts mehr verpassen möchtest. Weitere Tutorials findest du auf dem Channel von uns oder in der Videobeschreibung. Falls wir ein Thema noch nicht behandelt haben, was du suchst, sag es uns bitte, schreib es in die Kommentare. Wir werden es so schnell wie möglich drehen und hochladen. Ansonsten fahr tief und haut rein! Bis zum nächsten Mal!